Willkommen zu meinem Review-Video über die Boman Air Klimaanlage. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Die Boman Air Klimaanlage ist ein mobiles Klimagerät mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 7000 BTU. Diese Leistung ist ideal für kleine bis mittelgroße Räume und wird Ihnen endlich erholsame Nächte in einer kühlen Wohnung ermöglichen. Mit den vier leicht laufenden Rollen ist das Gerät zudem äußerst mobil und kann problemlos in jedem Raum verwendet werden. Was diese Klimaanlage besonders macht, ist ihre 3 in minus 1 Funktionalität. Neben der Kühlfunktion bietet sie auch die Möglichkeit zum Entfeuchten und Ventilieren. Das bedeutet, dass Sie sich den Kauf eines separaten Luftentfernen-Euchters und Ventilators sparen können. Das integrierte Timer-Feature ermöglicht es Ihnen sogar, das Gerät kurz vor dem Einschlafen einzuschalten und es schaltet sich automatisch nach der eingestellten Zeit ab. Die Bowman Air Klimaanlage ist schnell einsatzbereit, da sie bereits mit einem 1,5 Metern langen Abluftschlauch und einem Fensterabdichtung-Kit geliefert wird. Dadurch wird verhindert, dass warme Luft in den Raum gelangt. Nach der Verwendung können Sie das Gerät dank der vier leichtgängigen Rollen problemlos bewegen. Die Bedienung der Klimaanlage ist sowohl über die mitgelieferte Fernbedienung als auch über das LED-Display möglich. Der Lüfter verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen, die individuell eingestellt werden können, ohne beim Schlafen oder Fernsehen zu stören. Ein weiteres Highlight dieser Klimaanlage ist das Kondenswasser-Recycling-System. Das Kondensat wird zur Kühlung des Wertampfers verwendet, wodurch der Restwasserbehälter seltener entleert werden muss. Nun möchte ich Ihnen einige Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren. Verena sagt, haben uns die Klimaanlage gekauft, um unser 14Q im Schlafzimmer vor dem Schlafen etwas runter zu kühlen. Was soll ich sagen? Alles top. Sie ist zwar etwas lauter, allerdings lassen wir sie eh nicht über Nacht laufen. Kühlt zuversichtlich und schnell. Würde ich immer wieder kaufen. Jochen 622 berichtet, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Ein bisschen laut für die Nacht. Aber sie kühlt sehr gut auf ihre 17 Grad. Petra Neumann hingegen bemerkt. Kühlt gut, aber viel zu laut. Fernsehen gucken oder gar schlafen ist unmöglich. Die durchschnittliche Bewertung für die Bowman Air Klimaanlage liegt bei 3,7 von 5 Sternen, basierend auf insgesamt 38 Bewertungen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Bowman Air Klimaanlage eine leistungsstärke und vielseitige Option für die Kühlung ihres Zuhauses ist. Mit ihrer starken Kühlleistung, der 3 in minus 1 Funktionalität und dem praktischen Timer-Feature bietet sie alles, was sie für eine angenehme Raumtemperatur benötigen. Beachten Sie jedoch, dass sie etwas lauter sein kann und dies möglicherweise beim Schlafen oder Fernsehen stört. Wenn Sie Interesse an der Bowman Air Klimaanlage haben, finden Sie den Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Durch den Kauf über diesen Link unterstützen Sie nicht nur mich und meinen Kanal, sondern profitieren auch von den Vorteilen dieses großartigen Produkts. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.